Darf ich mich zu dir setzen? Hey, der Typ da... Nein, sorry, zu dir. Er meint nicht dich, sondern mich. Bitte? Kennst du dich verpissen, du lenkst ihn ab. Hey! Was führt dich nach Südamerika? Machst du hier Urlaub mit deinem Freund? Ich bin hier mit... meiner Mom. Warum siehst du aus wie eine Imkerin? Die Sonne ist sehr gefährlich. Mom, kann sein, dass das ein bisschen viel ist. Hier fehlt was. Und hier. Lass uns ausgehen. Haare, Make-up, Titten, wir gehen heute aus. Emily, ich werde hier nachts nicht vor die Tür gehen. Sei nicht immer so ängstlich. Dafür hat sie aber einen guten Grund. Einer von vier Touristen in Südamerika wird gekidnappt. Das ist nicht wahr. Eins, zwei, drei, einer wird vermisst. Ich hab'n Mann kennengelernt. Du trinkst mit nem Mann in nem fremden Land. Das ist clever und verantwortungsbewusst. Wir brauchen ein abgefahrenes Abenteuer. Wo zum Teufel sind wir? Auf der Panoramastraße. Auf der Panoramastraße. Wie ist deine PIN-Nummer? Du alles, was er sagt, hab ich schon gemacht, bevor du's mir gesagt hast. Eins, zwei, drei, vier. Oh Gott. Ich wollte sie ändern. Ich hol' uns hier raus. Bitte vertrau mir. Mom, komm schon! Denkst du, dem Typen geht's wirklich gut? Ich hab' sein Gehirn gesehen, also... Kannst du mich nicht ein bisschen aufbauen? Hilf uns! Mom und ich wurden gekidnappt. Außenministerium. Meine Mom und meine Schwester wurden entführt. Sie haben doch sicher eine Spezialeinheit. Vier Kriminelle aus dem Untergrund, die zu Unrecht für ein Verbrechen angeklagt wurden. Klingt nach dem A-Team. Genau, das A-Team. Haben Sie ein A-Team? Wieso hab' ich mich von dir überreden lassen? Ich hätte auf dich hören sollen. Ich hab' dich lieb. Das ist schön, aber wir müssen hier raus. Wir müssen hier echt raus. Okay. Wir schießen uns gegen die Wehren, Mom! Wir schaffen das. Mom, du verdäckten Knaller! Du pinkelst den falschen Bitches ans Bein. Ja. Los. Ich zähl jetzt runter, ich mach's das. Bitte, bitte. 100. 99. 100.